Servus, salve und hallo aus der Hochburg der Lustbarkeit, dem Nabel Europas momentan, aus der bayerischen Landeshauptstadt. Es geht in diesem kleinen Clip wieder um den DAX, den habe ich ja erst jetzt geschafft. Ich habe ja gesagt, ich habe mein 35-jähriges Börsenjubiläum und da musste ich nach Frankfurt fahren, da musste ich mal wieder in die Wiege des Guten, also an die Börse. Das hier ist der DAX auf Monatssicht und da fällt mir was auf und das muss ich rüberbringen. Zum einen, fangen wir mal den Fibus an. Diese Fibus hier, die ich angelegt habe im Tief 2009, die haben immer wieder eine erstaunliche Bedeutung gehabt. Gucken wir mal hier, wir sind von dem Tief, die erste große fette Bewegung, haben wir reagiert bis ganz knapp unter das 61er. Dann, ich ziehe sie weiter hoch, nehmen wir mal den Punkt hier. Sind wir von dem Hochpunkt, den wir dann hatten, haben wir runter gemacht, ganz knapp unter das 50er. Und was mir halt jetzt auffällt ist, komm her, wir liegen relativ kurz vor dem 38er. Ja, das ist so bei 11.450 ungefähr. Das hat noch ordentlich Platz, aber das wäre eine klassische Fibu-Korrektur, wie man sie schöner gar nicht haben könnte. Wie gesagt, von dem 2009er Low. Mir fällt aber auch noch eins auf. Und zwar hier das MACD ist auf ziemlich genau dem gleichen Stand wie 2009. Ich habe noch keine irgendwie geartete Unterstützung. Das ist auf Monatssicht alles noch negativ. Das Histogramm ist höher. Und wir kommen hier auf eine Zahl von 382. Das ergibt sich aus diesem gleitenden Durchschnitt, exponentiell gleitenden Durchschnitt, minus diesem. Also minus 39 und dazu die 343. Kommen wir auf 382. Weil sich viele Leute immer fragen, wo kommen diese Zahlen her? Und das ist ziemlich genau das Niveau von 2009. Von der Stochastik her sind wir auch schon auf diesem Niveau. Also alles fett abgebaut. Obwohl, ihr seht hier, das war eine große Korrektur und hier ist sie bisher klein. Ich sage das nur deshalb, wie das ist für mich eigentlich jetzt hier das Maximalziel nach unten. Also dann geht es vielleicht 200 Punkte drunter. Das wäre das Maximalziel. Und wenn wir jetzt uns mal die Monatskerzen bisher, ich meine der Monat ist noch nicht rum, September, anschauen. Zum einen, das ist kein Inverted Umbrella Doji. Dazu müsste er hier oben irgendwo stehen. Da, also weiter oben. Als solitär ist er nicht. Aber es ist eine fiese Kerze. Es ist nicht schön bisher, was der gemacht hat. Und was man hier auch sieht, diese Unterstützung bei 12.380, wir werden sie gleich näher sehen, hat eigentlich nicht wirklich Bedeutung. Das hier, genau da, wo der Chart hier, wann war denn das? Das war im Oktober 2020 hier eine Unterstützung gebildet hat. Durch diese zwei großen Kerzen. Das ist die eigentliche Unterstützung. Also das wäre für mich worst case, kurzfristig worst case. Jetzt gucken wir uns mal die Geschichte auf Tagesbasis an. Und da sehen wir, wo sind sie? Die sind weit auseinander. Das ist eben bei Monatsbasis. Jetzt ist es Tagesbasis. Aber diese Unterstützung hier bei 12.380, die hat auf Tagesbasis eine Bewandtnis. Allerdings auf Monatsbasis fällt die ziemlich hinten runter. Da haben wir halt erst nur hier diesen Bereich. Mal gucken, ob ich den hier reinkriege. Ja, diesen Bereich hier bei 11.470 ungefähr. Ich vermute, wenn wir diese kleine Unterstützung hier bei 12.600 rausnehmen, dann zieht das Ding hier. Dann ziehen die 12.380. Das ist ein ganz großer Magnetismus. Die letzte Woche war nicht besonders schön. Vor allen Dingen nochmal an dem Verfalltermin an sich. Deswegen, das waren ja die größten Optionen. Wir waren bei 13.000, war der Open Interest der größte. Und ich sage es immer wieder, guck da nicht so drauf. Oder seid da nicht so fixiert drauf. Das kann immer anders werden. Und es ist diesmal auch anders wieder geworden. Wir sind in der Nähe des unteren Bandes. Das untere Band verbindet sich mit dieser 12.600 hier. Das ist eine Unterstützung. Aber es ist die letzte vor hier, 12.380. Da musst du noch höllisch aufpassen. Hier dreht es wieder runter. Hier ist es weiter negativ. Das ist alles nicht besonders schön. Und es ist nicht, wie habe ich es in dem Interview gesagt, sorglos. Sorgloser Handel. Das war das hier. Da muss man trotzdem höllisch aufpassen. Es reicht eine Nachricht. Keine Ahnung. Kiew wird bombardiert. Oder in Taiwan entsteht Stress. Dann habt ihr das Ding hier nicht nur hier, sondern deutlich drunter. Deswegen habe ich jetzt heute mal Scheine der anderen Art gewählt. Von den 54.000 Scheinen, die da momentan offen sind, ich habe zwei Calls genommen, einen Put. Ich mache mal den Put zuerst, weil der ist, glaube ich, am augenfälligsten. 13.652. Der liegt hier hinter diesem Downtrend. Der ist da dahinter. 13.652. Den kann man immer als Absicherungsput nehmen. Hat momentan Hebel von nur, das ist für mich gering, 14. Ja, das ist, aber das wäre ein Sicherungsput. Da hätte ich auch keine Angst, wenn wir wieder auf die 20-Tage-Linie gehen. Ich gebe erst in Warnung, wenn wir hier diesen Bereich von 14.000 wirklich mit Schlusskurs überboten haben. Vorher nicht. Das ist ein ganz klarer Downtrend. Da höhere, tiefere Tiefs und tiefere Hochs, das ist nach wie vor unverändert. Dieser Put mit der Basis 13.652 hat die Kennnummer GK9BE2. So, und jetzt kommen wir zu den Calls. Ich habe mir eins überlegt. Wenn das wirklich nicht hält, die 12.600, und ich mache heute hier und jetzt gar nichts, 12.600, wenn die nicht hält, gehe ich davon aus, dass wir hier diesen Magnetismus hier anziehen. Von diesem Tief, von der 12.380. Dann will ich mir das ganz genau anschauen, was der da macht. Ich rechne eigentlich mit einem schnellen Abfischen von den Stops, die unten drunter sind, und dann mit einer Gegenbewegung. Für sowas wäre dieser Schein ganz sinnvoll. Der hat auch einen deutlich höheren Hebel. Momentan nur 21. 12.186. Da sind wir hier. Also nach dem Motto, schnell runter, Stops fischen und dann ein bisschen hoch gehen. Das wäre die GX8QHZ. Wem das zu heiß ist, und das kann ich voll und ganz verstehen, habe ich einen Call genommen, der ist weit weg, für mich sehr unüblich, ein 8er Hebel. Aber der wird sehr stark steigen. Wenn wir hier drunter gehen, unter diese 12.380 und keine Unterstützung kommt, dann muss ich auch davon ausgehen, dass wir dieses 38,2er auf Monatssicht sehen. Und das ist jetzt bei 11.450. Dann käme der hier in Frage, so als Positionsaufbau. 11.234, das ist die GX8QGZ. Also ich, aufgrund der Erfahrung würde ich folgendes sagen. Ja, wir werden den wahrscheinlich hier mal ankratzen, die 12.600. Und ich kann mir dann auch vorstellen, dass wir relativ flott auf die 12.380 gehen. Ich glaube nicht, dass sie im Tagesverlauf nach unten gebrochen wird. Aber das ist so eine Geschichte, da kommt man morgens rein und wir sind 300 Punkte drunter, unter 12.000. Dann stehen wir da, oh, das ist jetzt ein Gap von, was weiß ich, 300, 400 Punkten, was machen wir denn jetzt? Meistens werden solche Gaps dann mal kurz wieder hochgekauft, weil irgendwelche bestehenden Charts geschlossen werden. Und dann geht es direkt weiter. Relativ selten wird es einfach weiter abverkauft, bis in den Bereich 11.500. Das kann ich mir also vorstellen, dass wir das hier rausnehmen, die 12.600. Die Technik lässt es zumindest zu. Da ist nirgendwo irgendetwas Positives. Und da muss man schauen, wie sich der hier bei der 12.380 verhält. Wie gesagt, wahrscheinlicher ist ein Unterbieten über die Nacht. Sodass man morgens mit gemachten Fakten da reinkommt und sagt, oh je, was ist jetzt los? Also nochmal, das ist kein sorgloser Handel hier. Das darf man auf gar keinen Fall so sehen. Das Ding ist nach wie vor ziemlich heftig angeschlagen. Ich zeige euch mal einen Vergleichschart. Wir haben ja hier dieses absteigende Dreieck. Wenn ich hier, warte mal, ich mache es mal rein. Wenn ich jetzt hier noch die Unterstützung reinlege. Absteigend, Unterstützung horizontal, absteigendes Dreieck. Jetzt guckt mal, was der Freund im Gold gemacht hat. Das ist nämlich genau das gleiche. Absteigendes Dreieck. Unter den 21-Jahrestrend. Und dann erstmal schnell eine Bewegung nach unten. Jetzt muss man beim Gold schauen. Hält sich das jetzt hier? Und die Bedingung, die Conditio sine qua non ist, dass es bis spätestens Dienstag wieder hier reingegangen ist. Über die 16.000, über die 16.000, über die 16.000, dann wäre das so ein False Breakout. Das muss man sich ganz genau anschauen. Wir sind hier also an einem wichtigen Level. Und ihr habt das ganz große Glück. Ich bin kaum dabei, denn ich bin hier wiesnmäßig unterwegs. Und das geht nun mal ein paar Wochen. Und werde also mit Sicherheit nicht den ganzen Tag vorm Bildschirm sitzen. Und wenn ich nicht da bin, gibt es Woller. Es ist immer das Gleiche. Mittwochs Fettsitzung. Wird auch mit Sicherheit interessant. Ich rechne nochmal mit 0,75%. Aber es ist kein sorgloser Handel. Im Zweifelsfall lieber klein bleiben oder draußen bleiben. Weil das kann ja zu bitterbösen Überraschungen führen. Ich wünsche euch ein Happy Training und eine fette Beute.